In Aufgabe 8.3 geht es dann um Optimierungs- und Entscheidungsprobleme. Hierzu betrachten wir ungerichtete Graphen und Wege auf diesen Graphen. Eine Kantenfolge e1 bis en heißt Weg, wenn es eine paarweise verschiedene Folge v0 bis vn von Knoten gibt, so dass die ite Kante ei aus den beiden Knoten vi-1 und vi besteht. Hierbei darf allerdings auch gelten, dass v0 gleich vn ist. Sollte v0 gleich vn sein, so nennen wir den Weg auch geschlossen. Der Weg e1 bis en hat dann entsprechend die Länge n. Für den ersten Aufgabenteil betrachten wir nun die folgenden beiden Probleme. Beim Problem k existiert Weg, erhalten wir als Eingabe einen ungerichteten Graphen g mit Knotenmenge v und der Kantenmenge e und zwei Knoten u und v aus der Knotenmenge v. Die Frage ist, ob ein Weg zwischen dem Knoten u und v der Länge k existiert. Das zweite Problem existiert Weg ist dem ersten Problem sehr ähnlich. Wieder haben wir als Eingabe einen ungerichteten Graphen g mit Knotenmenge v und Kantenmenge e gegeben und zwei Knoten u und v aus der Knotenmenge v. Zudem erhalten wir dieses Mal als Eingabe allerdings noch die Zahl k aus den natürlichen Zahlen. Diese Zahl ist also nicht Teil des Problems, sondern Teil der Eingabe. Die Frage, bei dem Problem existiert Weg ist wieder die gleiche. Existiert ein Weg zwischen u und v der Länge k? In Aufgabenteil a sollen wir dann zeigen, dass sich das Problem k existiert Weg für ein festes k in polynomieller Zeit lösen lässt. Zudem sollen wir angeben, warum sich daraus nicht folgern lässt, dass sich das Problem existiert Weg in polynomieller Zeit lösen lässt. Betrachten wir nun den folgenden Algorithmus, der das Problem löst. Als Eingabe erhält der Algorithmus einen ungerichteten Graphen g mit Knotenmenge v und Kantenmenge e sowie zwei Knoten u und v aus der Knotenmenge. Die Ausgabe ist entweder ja oder nein, je nachdem ob es einen Weg von u nach v der Länge k gibt oder nicht. Um zu testen, ob es einen solchen Weg gibt, geht der Algorithmus wie folgt vor. In der Vorschleife, die in Zeile 1 beginnt, iteriert der Algorithmus über alle Knotenmengen der Größe k plus 1. Denn jeder Weg der Länge k enthält k plus 1 Knoten. Für jede dieser Knotenmengen testen wir nun, ob es sich um einen Weg zwischen den Knoten u und v handelt. Zunächst gehen wir davon aus, deswegen setzen wir in Zeile 2 die Variable valid auf true. Anschließend testen wir in Zeile 3 und 4, ob die Knoten paarweise des Jungs sind, wobei wir hier erlauben, dass v1 gleich vn ist und ob es Kanten zwischen den Knoten vi und vi plus 1 gibt. Sollten die Knoten nicht paarweise des Jungs sein oder eine solche Kante nicht existieren, setzen wir valid auf false. Anschließend testen wir in Zeile 6, ob valid gleich true ist, also ob es sich hierbei überhaupt um einen Weg handelt und ob der Knoten v1 gleich u ist und der Knoten vk plus 1 gleich v, denn wir möchten ja einen Weg zwischen den Knoten u und v der Länge k finden. Sollte dies alles der Fall sein, geben wir ja zu rücken. Sollte dies nicht der Fall sein, testen wir all diese Eigenschaften für die nächste Menge von k plus 1 Knoten mit der nächsten Iteration der Vorschleife in Zeile 1. Wenn keine Mengen der Größe k plus 1 diese Eigenschaften erfüllt, gibt es offensichtlich keinen Weg der Länge k zwischen den Knoten u und v in unserem Graphen g. In diesem Fall geben wir in Zeile 8 Nein zurück. Mit dieser Beschreibung haben wir dann auch schon die Korrektheit des Algorithmus begründet. Wie gesagt, nur mündlich. Für eine vollständige Bearbeitung dieser Aufgabe müsste das natürlich verschriftlicht werden. Kommen wir nun zur Laufzeit, denn wir möchten ja zeigen, dass das k existiert Wegproblem in polynomieller Laufzeit für ein festes k lösbar ist. Deswegen geben wir jetzt die Laufzeit für diesen Algorithmus an. In der Vorschleife in Zeile 1 zählen wir alle Knotenmengen der Größe k plus 1 aus den Knoten von v auf. Hiervon gibt es Kardinalität von v hoch k plus 1 viele. In jeder Iteration überprüfen wir dann für o von k Quadrat viele Knotenpaare die Ungleichheit und überprüfen außerdem für o von k Knotenpaaren, ob es Kanten zwischen diesen Knoten gibt. Da k in dem k existiert Wegproblem eine Konstante ist, ergibt sich hiermit eine polynomielle Laufzeit von o von Kardinalität von v hoch k plus 1. Also löst dieser Algorithmus das k existiert Wegproblem für ein konstantes k in polynomieller Laufzeit. Für den zweiten Teil der Aufgabe müssen wir jetzt nur noch begründen, warum dieser Algorithmus nicht das existiert Wegproblem in polynomieller Laufzeit löst. Bei dem existiert Wegproblem ist das k Teil der Eingabe. Das heißt mit einer Laufzeit von o von Kardinalität von v hoch k plus 1 hätten wir keine polynomielle Laufzeit, wie gesagt, da k Teil der Eingabe ist. Der große Unterschied zwischen den beiden Problemvarianten ist nämlich, dass das k existiert Wegproblem quasi eine Familie an Problemen beschreibt, nämlich das 1 existiert Wegproblem, das 2 existiert Wegproblem, das 3 existiert Wegproblem und so weiter. Und für ein festes k lassen sich all diese Probleme in polynomieller Laufzeit lösen. Bei einem beliebigen k sind wir allerdings wieder bei unserem existiert Wegproblem, für welches es kein Polynomialzeitalgorithmus gibt. Und damit haben wir Aufgabenteil a von Aufgabe 8.3 erfolgreich gelöst. Bitte denkt daran, dass für eine vollständige Bearbeitung dieser Aufgabe die Begründungen, die ich hier mündlich gegeben habe, hätten aufgeschrieben werden müssen. In Aufgabenteil b geht es dann um das existiert Wegwerte-Problem und das Hamilton-Cycle-Problem. Bei dem existiert Wegwerte-Problem erhalten wir als Eingabe einen umgerichteten Graphen g und Knoten u und v aus der Knotenmenge von g. Gesucht ist hier die maximale Zahl, für die ein Weg zwischen u und v der Länge k existiert. Bei dem Hamilton-Cycle-Problem erhalten wir einen umgerichteten Graphen g als Eingabe und suchen einen geschlossenen Weg in g, der jeden Knoten genau einmal besucht. Nun sollen wir erstens zeigen, dass wenn sich das existiert Weg-Problem in polynomialer Zeit lösen lässt, dass sich dann auch das existiert Weg-Werte-Problem in polynomialer Zeit lösen lässt und zweitens, dass wenn sich das existiert Weg-Werte-Problem in polynomialer Zeit lösen lässt, dass sich dann auch das Hamilton-Cycle-Problem in polynomialer Zeit lösen lässt. Fangen wir mit der ersten Aussage an. Wir nehmen also an, dass wir einen Algorithmus haben, der das existiert Weg-Problem in polynomialer Zeit lösen lässt. Diesen Algorithmus nennen wir Algorithmus b. Algorithmus b erhält als Eingabe also einen ungerichteten Graphen g, zwei Knoten u und v aus der Knotenmenge von g und eine natürliche Zahl k und gibt ja zurück, wenn es in g einen Weg der Länge k zwischen u und v gibt und ansonsten gibt der Algorithmus nein zurück. Da wir Wege so definiert haben, dass die Menge der besuchten Knoten bis auf den ersten und letzten Knoten paarweise desjunkt sein müssen, ist die maximale Länge eines Weges in einem Graphen durch die Anzahl der Knoten des Graphens beschränkt. Wenn wir also die maximale Länge eines Weges zwischen den Knoten u und v bestimmen möchten, können wir einfach den Algorithmus b anwenden und als Parameter k die Längen 1 bis Kardinalität von v übergeben. Da es sich bei b um einen Polynomialzeitalgorithmus handelt und wir diesen Algorithmus Kardinalität von v oft ausführen, ist unser resultierender Algorithmus ebenfalls ein Polynomialzeitalgorithmus. Ähnlich lässt sich dann auch der zweite Aufgabenteil lösen. Nun haben wir ja für das existierte Weg-Werte-Problem einen Polynomialzeitalgorithmus. Und ein Hamilton-Cycle ist ja genau ein Kreis der Länge Kardinalität von v. Da ein Hamilton-Cycle jeden Knoten in unserem Graphen enthält, suchen wir nun einfach einen Weg von einem beliebigen Knoten zu diesem beliebigen Knoten selber. Wenn dieser Weg die Länge Kardinalität von v hat, handelt es sich hierbei um ein Hamilton-Cycle. Praktischerweise gibt uns das Werteproblem von existiert Weg hier genau die maximale Länge eines Weges zurück. Wir müssen diesen Algorithmus also nur für einen beliebigen Knoten aufrufen und wenn die Länge die Kardinalität von v ist, dann haben wir ein Hamilton-Cycle gefunden. Da die Annahme ist, dass wir das existierte Weg-Werte-Problem in polynomialer Zeit lösen können, können wir damit auch das Problem Hamilton-Cycle in polynomialer Zeit lösen. Und die Begründung für die Korrektheit des Algorithmus ergibt sich einfach aus der Begründung der Korrektheit des Algorithmus für das existierte Weg-Werte-Problem. Und mit dieser Lösung haben wir dann auch Aufgabe 8.3 erfolgreich gelöst. Bitte beachtet, dass auch hierbei wieder viele Begründungen mündlich gegeben wurden und diese für eine erfolgreiche Bearbeitung der Aufgabe natürlich hätten verschriftlicht werden müssen.